Signalrot, Flaschengrün, Aubergine, Pipiblau, Petrol, Neongrün, Krebsrot, Fußballrasengrün, Lelawolken, Mandarine, Hosenrot, Zartrosa, Grünschnabel, Quietschgelb, Karottenorange, Stahlblau, Bougonbierrot, Kiefergrün, Blutorange, Maisgelb, Adriablau, Rostfarbend, Campariorange, Fetschgenviolett, Regenbogenfarbend, Ostseeblau, Sonnenscheingelb, Energierot, Flieder, Waldgrün. Willkommen in unserer vielfältigen, bunten und gegensätzlichen Lause. Egal ob du Handwerker, Bankangestellter oder Bergfrau bist, solidarisch bist du nicht alleine. Egal ob du im Weltraum experimentierst oder den Strukturwandel gestaltest. Egal woran du glaubst und welche Religion du hast. Egal ob du Schüler oder Lehrer bist. Egal ob bunt und schrill oder eher bescheiden und zurückhaltend. Wir leben Toleranz und Wertschätzung. Egal ob Bücherwurm oder Arbeitstier. Egal ob Schreibtisch oder Industrieanlage. Egal ob du berufserfahren oder frisch geschult bist. Egal ob du weiblich, männlich oder divers bist. Egal ob du dich für geisteswissenschaftliche, technische, künstlerische oder wirtschaftliche Themen interessierst. Ob du dich als Postdoc, Bachelor oder Professorin, Mensch mit Behinderungen, Genderfluid, Neu-Trois oder Cis verstehst. Wir pflegen einen respektvollen Umgang. Egal ob groß, klein oder ganz klein. Ob Sportskanone oder Geistesblitz. Ob junges Gemüse oder alter Hase. Wir nehmen gegenseitig Rücksicht. Und fördern ein gemeinsames Für- und Miteinander. Egal ob du Helm oder Krawatte trägst oder beides. Ob du Fußball- oder Handballfan bist. Egal ob Einzelkämpfer oder mit einem starken Netzwerk. Ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Egal ob Spreewald-Rocker oder Schlagerprinzessin. Ob mit oder ohne Baustelle. Egal ob Geschäftsführer oder Queenkeeperin. Egal ob du mit Besteck oder ohne bist. Ob du grauhaarig bist, blond oder gar nichts davon. Ob künstlerisch oder politisch aktiv. Egal ob Feinmechaniker oder Großgeräteführer. Egal ob du ein Westrobünen-Hobby-Coach oder ein Ultra bist. Ob Banker oder Punker. Egal ob du laut oder leise Hörer bist. Ob du ein Softie oder ein Hardware-Profi bist. Egal ob du deine Wurzeln in Italien hast oder deine in Armenien. Egal ob du mit den Füßen am Boden oder in der Luft. Egal ob Linksfüße oder Rechtsfüße. Egal ob du den Weitblick hast. Oder Spezialist bist. Egal ob du Schwarzmaler oder Optimist bist. Egal ob du für Kohle oder Windkraft bist. Egal ob Abwasserfrau oder Wassermann. Egal ob du Azubi oder Student bist. Egal ob Wassersportler. Oder Trockenläufer. Egal ob du das Habitur oder den 10. Klasseabschluss hast. Ob du für den Union bist oder für den Kopfschrank. Egal ob du von dieser Seite der Mauer kommst. Oder von dieser Seite der Mauer. Ich bin voller Zuversicht, dass mit der Kraft der Demokratie auch die Mauern in den Köpfen überwunden und so Vielfalt erreicht wird. Egal ob Madagaskar oder aus Deutschland. Wir freuen uns auf dich. In unserer vielfältigen, bunten Lausitz.